Hallo Freunde, willkommen zu Erschrecknis Teil 11. Und ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der nennt sich Nana. Und wir werden heute ein Video von ihr reagieren, oder von mir. Und dafür ist Cooking Idol. Und falls Leute fragen, ob ich welche Videos verlinke, ja, ich werde die folgenden Videos verlinken. Und ihr könnt sie euch auch kostenlos angucken. Alles unten in der Videobeschreibung. Los geht's mit Cooking Idol. Okay. Ist klar. What the fuck? Oh mein Gott. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade ziemlich erschrocken. Mal gucken, ob das da noch weiter geht. Eigentlich finde ich diese Puppe... Ist es überhaupt eine Puppe, oder...? Let's cooking. Let's cook you. Please break the tomato. Oh mein Gott. Ich überlege mir gerade zweimal, ob ich die weiteren Videos noch angucken soll, denn... Ja, dann schreibt's doch mal in die Kommis, wenn das Video hier fertig ist. Oder ob ich noch ein Teil machen wolle. Weil ich will unmöglich wegmachen, aber... Ich will's auch unmöglich weiterschauen. Aber egal, wir wollen ja nicht alle Videos durchschauen. Von daher... Das würden wir zum nächsten Mal... Und das zweite ist... Username 666. Und was ist wohl 666? Das weiß ja jeder schon. Der Teufel, aka Satan, aka Braten, aka Kacke, aka Lustig. So. Und den gibt's auf YouTube auch. Okay. 666. Jetzt krieg's ja auf 100. Okay. 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 Oh mein Gott. Das macht sie jetzt nicht möglich 20.000 Mal, oder? Alles klar. Und soll ich auch mal so'n Test machen, so'n Video? Weil ich würd' mich interessieren, ob's das wirklich gibt. Oh-oh. Jetzt hat sie fuck'n Scheiße gebaut. Jetzt hast du Scheiße gebaut. Oh mein Gott. Das hätte sie nicht machen sollen. Das hatte sie nicht machen sollen, wirklich. Armes YouTube. YouTube sieht so ganz cool aus. Hört mir zum nächsten. Ich hab' keine Lust mehr. Ich hab' keine Lust mehr. Also, das letzte Video ist eins der, naja, ich wag' nicht allzu gruseligen Videos, aber ihr Kanal ist jetzt schon. nicht allzu gruseligen Videos. toberb und